Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die ASSN 2 Box von AK Außer Kontrolle. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenerhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. ASSN 2 von AK Außer Kontrolle, das Ganze am 21. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wir erinnern uns, vor einiger Zeit, es war 2017, erschien der erste Teil. So sah die Box aus. Auf, Start sein Nacken, ASSN Teil 1. Die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und jetzt, drei Jahre später, ist es an der Zeit für den zweiten Teil. Jawohl, bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, Außer Kontrolle, limitierte Fanbox, 2 CD, Album, Taschenlampe, Dietrichset und Übungsschloss, Poster Sticker. Okay, also dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Einmal hier schneiden und dann kann es auch schon losgehen. So, der Sticker ist weg und so sieht die Box aus. Also wir haben hier oben XY Records präsentiert. Außer Kontrolle, wobei die zwei S hier ein 6er und ein 5er sind, also die Postleitzahl. Dann lesen wir hier auch wieder, Außer Kontrolle, ASSN auf Start sein Nacken und den roten 2er. Hier auch nochmal, ASSN 2 mit römischer Schrift, also römischer 2er und darunter ein Verbraucherhinweis auf Englisch. So, hier gibt es auch wieder ASSN 2. Auf der rechten Seite genauso, oben genauso und auf der linken Seite haben wir dann das Logo von AK und von XY Records. Hier unten lesen wir noch, AK außer Kontrolle, Wedding Berlin, Barcode. Und auf der Rückseite, auf der Unterseite auch nochmal riesengroß das Logo. Alles hier in so einer Glanzoptik. So, hier unten beteiligte Labels, ok. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir haben hier eine Clubbox und los geht's. So, als erstes haben wir hier einen Sicherheitshinweis. Dann haben wir eine kleine Kartonschachtel, noch eine zweite Kartonverpackung, das Album an sich. Eine Leseprobe, die war auf dem Boxinhalt gar nicht aufgelistet, auf dem Sticker. Dann haben wir einen Sticker, Poster und zwei weitere Sticker. Also insgesamt drei Sticker hier mit dabei. Gut, die Box von innen weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir uns das mal alles an. Wir starten natürlich mit dem Album an sich. Ist hier scheinbar auch der einzige Inhalt, der hier in Folie kommt. So, also nehmen wir uns mal das Album vor. Einmal hier die Folie. Und dann geht's los. So, das ist es. Der zweite Teil. A-S-S-N. Wir haben hier den Interpreten AK außer Kontrolle vor einem schwarzen Wagen. Ich gehe mal stark davon aus, von der Optik, dass es ein Mercedes ist. Aber er ist etwas schwer aus dieser Perspektive. Eventuell finden wir das im Buglet noch raus. So, XY Records präsentiert. Verbraucher hinweist auf Englisch. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. So sieht das auf der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier wie gesagt zwei CDs. Wir haben auf CD Nummer 1 8 Tracks und auf CD Nummer 2 8 Tracks. Bedeutet 16 Gesamt. Features sind auch mit dabei. Und zwar von Shindy, Contra K, Bones MC, Vazel, Fuchs außer Kontrolle, Farid Bang, 18 Grad, Safir und Gringo. Also eine Menge Features. Hier auch wieder Beteiligte plus Barcode. Dann schauen wir mal rein. Als erstes geht es wie immer ins Buglet. Wenn wir es rausbekommen. Ja. AK wie er leibt und lebt. Mit schwarzer Liederjacke, schwarzer Cap und schwarzem Bandana. So kennt man ihn. Dann das Logo. Weitere Fotos. So sieht das aus. SSN 2. Hier auch nochmal. Hier der Wagen. Aber ich muss ehrlich sagen, auch hier sehe ich nicht viel mehr. Ja, ich gehe trotzdem davon aus, dass es sich um ein Mercedes handelt. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits. Die ganzen Leute, die Personen, die hier mitgewirkt haben. Die Logos und so weiter. Gut. Dann kommen wir zu den CDs. Es sind ja wie gesagt zwei Stück. Einmal die erste. Die kommt hier in so einem Petrol Farben. Einmal. Und auf der Rückseite geht es dann direkt weiter mit CD2. Die ist auch in seinem Petrol. So. Dann hier wieder ein Bild von AK. Das war es soweit zu dem Album. Dann schauen wir mal weiter. So. Wir haben hier Sticker. Wie gesagt, drei Stück sind es. Einmal dieser hier. Riesengroß. Schwarz, Weiß und Rot hier. Im Querformat. Dann einmal hier das Foto von AK. Mit dem Logo darunter quadratisch. Und einmal nur das Logo. Kreisförmig. Drei Sticker. Jeder einmal dabei. Dann gibt es ein Poster. Auch hier wieder der Schriftzug. Das Artwork hier vom Album von ICESEN 2. Und hier das bekannte Bild mit dem Griff an die Kappe. Und darüber das Logo. Rückseite des Posters ist unbedruckt. Also einseitig bedrucktes Poster im Hochformat. So, packen wir wieder zusammen und kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier, ich glaube hier ist es drin, genau das Dietrich Set samt Übungsschluss. Das kommt hier in so einem weißen Karton. Der Karton selbst ist auch nochmal gebrandet, wie wir sehen, mit dem AK-Logo. Schöne Detailarbeit. So, packen wir wieder zusammen den Karton. Allerdings, bevor wir uns das hier ansehen, haben wir hier noch einen Verbraucherhinweis. Und zwar lesen wir hier, Achtung, wichtiger Verbraucherhinweis. In dieser Box ist ein Dietrich Set mit Übungsschloss enthalten. Dieses darf nur mit dem beigelegten Schloss oder mit Schlössern verwendet werden, für deren Öffnung eine Erlaubnis vorliegt. Ja, also das heißt, so viel wie, bitte nicht missbräuchlich verwenden, ihr sollt damit jetzt nicht irgendwie bei eurem Nachbarn das Schloss knacken oder irgendwelche Fahrradschlösser aufmachen und die Fahrräder entwenden, sondern eben wirklich nur so quasi zu Übungszwecken. Okay, das Ganze sieht so aus. Wir haben hier ein schwarzes Etui. So ein kleines Täschchen hier mit Knopfverschluss. Auch hier wieder das AK-Logo drauf. Kann man hier entsprechend mit Knopf verschließen. Dann haben wir da drin jede Menge Ausrüstung. Und das ist eben dieses angesprochene Dietrich Set. In Kombination mit diesem kleinen Plastikgetui hier, das auch wieder gebrandet ist. Und hier haben wir ein Schloss. Und was wichtig ist bei diesem Schloss, wenn ich es aufmachen, wenn ich es rausbekomme, so, es kommt hier in so einer Schaumstoffhülle. Also das ist hier so in Schaumstoff gelagert. Wir haben hier das Schloss. Und dieses Schloss ist transparent gestaltet. Wieso das? Hier kann man dann wirklich mal sehen, wie so ein Schloss aufgebaut ist. Und vor allem, wie der Mechanismus dann genau funktioniert. Also man kann sich das natürlich leicht machen. Und hier dann einfach mit den beigelegten Schlüsseln das Ganze hier aufmachen. Dann kann man hier wunderbar das Schloss entsprechend aufschließen. Aber Sinn und Zweck des Ganzen ist ja jetzt hauptsächlich, dass man durch dieses transparente Schloss sehen kann, wie man sich hier mit diesem Dietrich Set schlägt. Also man hat hier in dieser kleinen Folie, in diesem Druckverschlussbeutel ohne Endeausrüstung lauter Metallteile. Und die sind eben... Einer hat sich hier durchgebohrt. Und die sind eben dann zu verwenden, um dieses Schloss hier aufzumachen. Das heißt, wir haben hier so diverse Sachen, einen Spanner und diverse Ausrüstung. Und wenn man damit halbwegs geschickt ist, dann kann man hier tatsächlich diese einzelnen Stifte, die das Schloss hier entsprechend versperren, aufhebeln, aufmachen und je nachdem, wie man sich anstellt, dann sogar das ganze Schloss öffnen. Ja, was ich mitbekommen habe, hat AK zu diesem Schloss bzw. zu diesem Dietrich Set sogar irgendwie einen Wettbewerb ins Leben gerufen, wo es darum ging, die Leute, die die Box kaufen, sollten Videos davon machen, wie sie dieses Übungsschloss hier knacken, mit diesem Set. Und das per Video irgendwie festhalten. Und derjenige, der das am schnellsten schafft und irgendwie am geschicktesten ist, der bekommt, glaube ich, die Lederjacke aus dem Videodreh. Also ich glaube sogar die, mit der AK hier abgebildet ist, auf den Fotos, diese Lederjacke kann man dann gewinnen. Ja, also wenn das mal kein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann packen wir das Ganze mal zur Seite, das Dietrich Set. Das Schloss mache ich jetzt mal wieder hier rein, ebenso wie die Schlüssel. Und dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar ist er ebenfalls wieder in Karton. Und wir haben hier eine Taschenlampe. Ja, Erinnerungen werden wach. Die gab es beim ersten Teil ja auch schon. Allerdings etwas anders von der Optik, die beim ersten Teil war ja aus, ja war so Silber und war hinten mit einem Glasbrecher. Die hier hat keinen Glasbrecher, ist aber von der Optik wie so ein kleiner Baseballschläger, also wie so eine kleine Keule. Auch hier wieder gebrandet mit AK-Logo. Hier vorne und hier hinten haben wir dann den Knopf. Ah, okay. Ja, muss man bestimmt noch aufschrauben, dass man hier dann entsprechend irgendwie die Batterie oder was auch immer entsprechend machen kann. Moment. Wir schauen mal rein. Ja, also wir haben hier, jetzt weiß ich gar nicht, man kann hier überall aufschrauben scheinbar, diverse Stellen. Ja, okay, also Batterien, wenn ich es jetzt richtig sehe, sind hier scheinbar keine beigelegt. Sieht fast so aus. Muss ich mir mal anschauen. Eventuell muss man die hier selber besorgen. Vielleicht habe ich die jetzt aber auch einfach übersehen und sie sind eh drinnen. Ja, also, wenn ihr das dann entsprechend mit Batterien voll habt, das Teil, dann könnt ihr hiermit dann die Taschenlampe auslösen und dann hier mit so einer LED-Taschenlampe das Ganze beleuchten, was ihr wollt. So, und als letzten Boxinhalt, es war, glaube ich, eher so geheim gehalten, haben wir hier eine Leseprobe zu dem kommenden Buch von AK Außer Kontrolle. Und zwar nennt sich das Aufstart seinen Nacken, nimm dir alles, was du kriegen kannst. Ja, ziemlich provokanter Titel, exklusive Leseprobe AK Außer Kontrolle mit Josip Radovic. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist auch der Typ mit dem Schindy seine Biografie geschrieben hat. So, ich werde euch jetzt das ganze Heftchen hier jetzt nicht im Detail vorlesen, aber hier diesen kleinen Auszug, den werde ich euch vorlesen. Ihr habt mich ausgeschlossen, mir keine Chance gegeben, also habe ich mir genommen, was ich hier wollte. Seine Heimat ist Berlin, sein Markenzeichen, das Vendena. Lange gehörte AK Außer Kontrolle einer der legendärsten Verbrecher Banden des Landes an. Blitzeinbrüche waren seine Spezialität, dann wurde er geschnappt, kam in den Knast und obwohl er hier geboren wurde, wollte der Staat ihn abschieben. Doch die Musik zeigte ihm einen Weg auf, alle Probleme, alle Widerstände hinter sich zu lassen und er schaffte es aus eigener Kraft. Raus aus dem Knast, rein in die Charts. Auf Staat seinen Nacken ist die Geschichte von AK Außer Kontrolle. Eine Geschichte, die krasser ist als jeder Gangsterfilm, weil sie wahr ist. Das Buch ab 3. November 2020 überall im Handel. Ja, bin gespannt, werde ich mir auf jeden Fall dann reinziehen und vermutlich auch das Buch bestellen. Gut, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Heftchen, hier diese Leseprobe zur kommenden Autobiografie von AK Außer Kontrolle. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die drei Sticker, einmal querformat, rechteckig, einmal quadratisch, einmal kreisförmig, sprich drei Sticker. Dann haben wir mit dabei die Taschenlampe, die Taschenlampenkeule, dieser Baseballschläger, der kleine, das Dietrich-Set, das hier in diesem Etui kommt und das zugehörige Übungsschloss, mit dem ihr das Dietrich-Set probieren könnt und natürlich das Album an sich, ASSN 2 von AK Außer Kontrolle im regulären Choolcase mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box, ASSN 2 von AK Außer Kontrolle, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise der Box, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AK Außer Kontrolle unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf. Ciao.